Mehr als 30 Jahre stand Anita Hofmann mit ihrer Schwester Alexandra gemeinsam auf der Bühne. Seit drei Jahren gehen beide nun schon getrennte Wege. Für Anita Hofmann war es eine harte Umstellung. Es war ein seltsames Gefühl, und natürlich war viel Wehmut dabei. Es war eine lange, eine intensive und schöne Zeit als Duo. Ich konnte daher meine Tränen bei unserer Show nicht zurückhalten. Meine Gefühle haben mich total überwältigt. Da kam einfach alles zusammen, gesteht Anita Hofmann im Interview mit dem Südkurier. Aber ich denke, das ist okay und auch nachvollziehbar. Immerhin haben wir 35 Jahre zusammen auf der Bühne gestanden. Schon als Kinder sind wir gemeinsam aufgetreten. Es ist eine Ära, die nun zu Ende gegangen ist und ich schaue dankbar zurück. Es hat natürlich aber seine Zeit gedauert, die ganzen Veränderungen zu verdauen. Für viele Fans des Gesangs-Duo kam die Nachricht von der Trennung überraschend. Viele waren auch traurig. Auch für Anita Hofmann war es nicht leicht. Viele Fans konnten zunächst nicht glauben, dass unsere Trennung endgültig ist. Sie dachten, jede macht jetzt ihre Solo-Karriere. Aber dann gibt es auch wieder gemeinsame Auftritte als Duo. Aber das wird nie mehr so sein. Was mich freut. Die Fans nehmen mich so, wie ich bin. Und ich schätze es sehr, dass ich auf meinen Social-Media-Kanälen absolut echt sein kann. Ich kann so sein, wie ich bin. Die vergangenen Jahre waren für mich eine große Lebensschule, auch insofern, dass ich zu mir selbst gefunden habe. Anfangs dachte ich in der Tat. Bin ich jetzt nur noch die Hälfte wert, wie soll das gehen ganz allein? Seit meinem elften Lebensjahr habe ich mit Alexandra gesungen. Ich war immer die kleine Schwester. Und jetzt gehe ich zum ersten Mal in meinem Leben gewisse Wege, die ich noch nie allein gegangen bin. Am Anfang hatte ich sehr großes Herzklopfen. Als ich moderierte, hatte ich zum ersten Mal niemanden neben mir stehen. Dann aber zu spüren, wie ich daran wachse, und herauszufinden, wer ich bin, das war sehr lehrreich und eine spannende Reise, erklärt sie. Das nächste Ziel der Sängerin. Im Frühjahr oder Sommer erscheint mein neues Album. Deshalb werde ich in der nächsten Zeit noch viel im Studio sein. Und weitere Songs aufnehmen. Mein neuestes Lied heißt, wir fangen gerade erst an. Das ist jetzt auf dem Markt und soll auch ein bisschen eine Art Motto sein. Es geht jetzt richtig los. Und darauf freue ich mich.